Das sind die einfachsten Osterkekse mit wenigen Zutaten. Los geht's! Butter, Zucker und Vanillezucker cremig rühren. Ei dazu und weiter rühren. Mehl mit Backpulver dazugeben und dann kräftig durchkneten. Für eine halbe Stunde in den Kühlschrank geben, dann den Teig ausrollen und mit süßen Förmchen ausstechen. Backen und Zuckerguss aus Puderzucker und Wasser darüber streichen. Zuckerstreusel drauf und fertig!